Musik 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 Ostern 2023 Ostersonntag Genau Hier halten wir mal einen Moment inne und gedenken mal der Leute, die nicht so friedlich fallen können wie wir Und vor allen Dingen sollten wir heute am 9. April Heute hatte Soltern Geburtstag hätte er 1976 geboren dann wäre er jetzt 47 Jahre alt geworden Musik 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 Na die Sonne schafft es auch Schauen wir mal Wie der Tag sich entwickelt Ja Auf einem Osterspazierort Das ist das auf alle Fälle Musik 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 Musik